Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Also, ich hab ein bisschen gebastelt und hab dann das hier gemacht. Das sind so zwei Stühle. Das sind die ersten, die ich gemacht habe, also sind nicht gerade perfekt, aber Monster High ist sowieso nicht perfekt, von daher. So sieht's aus. So, damit ihr sehen könnt, so detailmäßig. So, hier vorne. Damit ihr's von hinten sehen könnt, so sieht's aus. Also, da das sowieso an die Wand geht, also zur Wand geht, sieht man diesen Details nicht, also ist es quasi versteckt. Und ich hab noch einen zweiten gemacht und das ist eher ordentlicher gemacht. Das ist das hier. Ups, oder? Das war eigentlich geplant. Okay. Das ist das zweite Stuhl, was ich gemacht habe. So sieht's aus. So. Und wie ihr sehen könnt, ich hab gehäkelt vorher und, ähm, ich hab ne Couch gemacht. So ähnlich wie bei Monster High, wie bei, ähm, Monster High, sag ich grad. Wie bei, ähm, From My Friday Stuff, nur ich hab's ein bisschen anders gemacht. Und so sieht's aus. Weil die Stühle fangen immer wieder an runter zu fallen. Irgendwie. Also, so sieht's aus. So sieht's quasi aus, der Couch. Und ich hab noch so ein, ähm, Kissen gemacht. Passend dazu. Das hier, ähm, ansonsten, ich bin eigentlich zufrieden. Und, ähm, ich wünsch alle wünschen noch einen schönen Abend. Kommentare oder Kritik würde ich mich freuen. Ansonsten, bis bald. Tschüss. Kriter dados fest. Wirklichkeit. Das ist bild none muss. W GIS perm. ��.